Liebe Anfängerinnen, liebe Anfänger, herzlich willkommen an der Otto-von-Guericke-Universität. Ich habe mich schick gemacht. Normalerweise würde ich Sie begrüßen zur Immerfeier in der Bibliothek. Ein ganz besonderer Tag für uns und vor allem auch für Sie. Das ist meine Amtskette. Zu diesen besonderen Anlässen lege ich Sie an. Hier unten der Otto-von-Guericke, genauso wie im Hintergrund. Deshalb haben wir dieses Gebäude für diese kurze Videobotschaft gewählt. Und vor der Immerfeier wären Sie in diesem Gebäude gewesen und hätten den Markt der Möglichkeiten besucht. Hier stellen sich studentische Initiativen aus, werben um Sie. Wir haben hier so viel zu bieten. Es gibt da den Debattierclub, es gibt die Klangkörper der Universität. Ob Sie in der Big Band spielen, in einem der Chöre oder im akademischen Orchester, nutzen Sie die Gelegenheiten. Ob Sie ein Formel-1-Auto in diesem Jahr auch mit E-Antrieb bauen wollen und sich damit mit großen Universitäten national und international messen, politisch aktiv werden in den Hochschulgremien, all das ist möglich. Und das unterscheidet Uni von Schule und das muss Ihnen näher gebracht werden. Jetzt müssen wir auf Informationen über die Webseiten und sozialen Kanäle hinweisen. Mehr bleibt uns leider nicht in diesem Wintersemester 2020-21. Das haben wir nicht gewollt, aber wir müssen jetzt das Beste draus machen. Dafür gehört bei Ihnen ein Hybridsemester dazu. Diejenigen, die neu kommen, sollen möglichst viel in Präsenz unterrichtet werden. Und diejenigen, die ein bisschen länger dabei sind, haben ja Erfahrungen gesammelt mit digitalen Lehrformaten. Die Abiturientinnen und Abiturienten dieses Jahres natürlich auch. Mitte März war plötzlich Schluss. Die Abiturvorbereitungen haben Sie selbst bewerkstelligen müssen. Und es hat ja auch geklappt, sonst wären Sie nicht hier. Sie haben schon mal begonnen, sich selbst zu organisieren. Und das ist gut. Das stellt eine vernünftige Voraussetzung für Studieren an einer Universität dar. Ich hoffe, das klappt. Wir haben im Wintersemester jetzt ja schon ein bisschen Training. Der Sommer hat uns gezeigt, wie es geht. Da war es ein bisschen ruckelig. Und nicht alles wird in diesem Wintersemester funktionieren. Ein Punkt ist zum Beispiel, wie wir es schaffen, Sie möglichst lange auf dem Campus zu halten. Wenn Sie sich Präsenz und Online abwechseln, dann müssen wir Ihnen Räume zur Verfügung stellen. Und auch auf diesen Fluren werden Sie dann Räumlichkeiten finden, wo Sie den Vorlesungen folgen. Das Allerwichtigste ist aber, dass Sie Kontakte schließen. Sie müssen möglichst schnell ins Studium kommen. Wer hat schon eine Vorstellung, was sich hinter Elektromobilität oder internationalen Management genau verbirgt? Sie müssen Freundschaften schließen, Lerngruppen bilden. Und das geht nun nicht über Zoom. Das sollten Sie mit uns hier in Präsenz machen. Wir werden vorsichtig sein. Es gelten Hygienestandards, die teilweise über das hinausgehen, was Sie in den Schulen erlebt haben. Wir werden hier in den Gebäuden eine Mund- und Nasenbedeckung tragen. In den Hörsälen ist es dann nicht notwendig. Wir haben es ein bisschen selbst in der Hand, wie wir uns in den kommenden Monaten verhalten, ob und in welcher Form das Gesundheitsamt eventuell Quarantäne verhängt. Wir wollen das nicht hoffen, aber ein bisschen müssen wir mitwirken. Machen wir es gemeinsam, dann kriegen wir das Wintersemester ganz vernünftig über die Bühne und hoffen dann, dass es ab dem Sommersemester wieder ganz normal weiterläuft. Ganz normal heißt aber nicht, dass die Uni so sein wird wie vor Corona. Da sind wir ziemlich sicher. Sie kommen also in eine ganz spannende Phase, in der wir uns umorientieren. In der Digitalisierung eine größere Rolle spielen wird, indem wir flexibler agieren. Das können Sie mitgestalten. Bringen Sie sich bitte ein. Wenn mal was nicht funktioniert, melden Sie sich. Nicht ein halbes Jahr warten, dann ist das Semester um und Sie haben eventuell gelitten und hinterher ein Nachteil. Sie können sich hier direkt melden. Die Lehrveranstaltungen werden evaluiert. Wir wollen mit Ihnen besser werden. Das wäre unsere Maxime. Ich weiß nicht, wo Sie es jetzt hören, irgendwo in der Einführungswoche oder auch zu Hause vor Ihrem Rechner. Üblicherweise haben wir bei der Immerfeier auch einige Eltern mit dabei, die Sie hier abgeben. Dann ist auch Schluss. Elternabende finden im Studium nicht statt. Aber ich grüße auch Sie, falls der eine oder andere von Ihnen zuhört, an dieser Stelle ganz herzlich. Ich kann Ihnen versichern, Ihre Kinder sind hier gut aufgehoben und Sie sind vor allem sicher. Das haben wir im Griff. Bleibt mir nur der Hinweis auf die Veranstaltung, wo wir sehen wollen, denn ich möchte nicht bis April warten. Möglichkeiten haben wir dazu, zum Beispiel in den Veranstaltungen, die auf Fakultätsebene im kleineren Kreis stattfinden werden. Ich werde einfach mal vorbeischauen und hier und da guten Tag sagen. Eine Möglichkeit besteht auch am 28.10. Magdeburg hat sich beworben, das Kulturhauptstadt Europas 2025 und da wird das Urteil verkündet. Ob wir es nun schaffen oder nicht, spielt keine Rolle. Wir werden drüben in der Festung Mark ein bisschen feiern. Alles unter Corona-Bedingungen, aber es muss möglich sein, darauf dann mal anzustoßen. Und wenn es nicht funktionieren sollte, dann ist die Idee Europas und Magdeburgs als einer ganz bedeutenden Stadt, die es mal war, wo wir wieder ein bisschen anschließen wollen. Die Welt einladen aus Deutschland, aus Europa, zusammenkommen, Kulturen kennenlernen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der Uni ausmacht und der verlangt Präsenz. Und deshalb treffen wir uns doch einfach in der Festung Mark. Sie sind ganz herzlich eingeladen. Machen Sie das Beste draus. Wir geben uns Mühe. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Lernen Sie neue Menschen kennen, Freundinnen und Freunde, Kommilitoninnen und vor allem bleiben Sie gesund. Ich glaube, das ist in den kommenden Monaten das Allerwichtigste. Alles Gute!